Hallo Leute, wir spielen wieder ne schnieke Runde Battlefield hier. Wir spielen Rush auf Epizentrum, ja, Epizentrum. So, ich bin Verteidiger. Runde startet in... Ja, also, da. Ach, fickt euch doch. Kein Bock noch. Ach, scheiße. Ich will... Ah, geil, jetzt will ich verteidigen. Äh, wo bist du? Hey, so gut. Du bist der Squad-Leader. Ja, ich guck dir bei dir. Och, da renne ich mal außerhalb des. So, und zack geht das los. Was ist da los? So, den ersten weggesnackt mit dem Heller. Erstmal ne Granate. So, gesucht mir. Alter. Ach, Alter, der Meister lasse Schrengladung ist her. Äh, dann komm raus. Ich bin da dran. Ich hab dir geklopft. Hier ist das Medi-Kit. Ja. Dann, dann, dann. Ich will mich doch. Ich will mich doch. Ich will sagen, aber ich... Och, da, scheiße. Da steht dieser... ...fucking Phoenix, ey. Dieser Granatwerfer-Hambi. Achtung, Einsatzziel ist verloren. Wiederholen. Einsatzziel ist verloren. Ich bin vollkippt von mir. Nichts. Gah, klar. Bautermann killt mich, ey. Ey, das gibt's doch nicht schon wieder. Ich hab mir nen Headshot gegeben, ey. Mit seinem scheiß Rex. Wie schlicht ich einfach bin. Ich spau nicht mal bei dir. Ja. Ja. Ich hab' einen Sniper weggesnackt. Sie geht aber gar nicht klar. Oh, fast nicht. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Was denn? Ne, das siehst du dann schon im Video, Moritz. Das muss ich nicht extra erklären. Wieso, dazu sage ich mir mal wirklich gar nichts. Okay. Achtung, der Feist hat eine Schreckladung gesetzt. Oh. Boah, da regt er mich auf. Alter, ist das ein Scheißspiel. Ein richtiges Haftpro-Scheißspiel. Oh, geil. Da wurde ich... Oh, geil. Ich dachte, ich wurde... Oh, ich hab keine Waffen an. Ah, jetzt wieder. Verflog der Feindefeine Einsatzstile ausgescheitelt. Over. Oh, scheiße. Das Ding mit dem Reinrennen und, äh, killen, wie das funktioniert. Geil, Klaus, dummdödel gekillt. Dann kommt der fette Detlef von der Seite. Alter, ich stehe schon wieder neu voll. Das geht doch gar nicht klar. Nein, ich kann nicht spawnen. Mein Spielbank grad voll. Wieso steht der da oben? Nein, der darf da doch gar nicht hin. Nimm das Biddy-Kid. What the fuck, Alter. Ich bin da eben gestorben, als ich da hingelaufen bin. Aber der liegt da. Mit Sicherheit. Das gibt's doch nicht, Mann. Ey, der lebt schon. Ich weiß, dass ich jetzt nicht hatte, wieder Motoren kriege ich. Boah, ist das scheiße. Ist das eine richtige Sache. Nein, 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 nein. So. Ah, was ist denn? Ich bin da bis zum. Zum. Ja, sicher. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Mein Spiel leckt total. Ich kann keine Leute killen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ah, ah. Das, das geht gar nicht. Ich geb ihm 7-Inf-Marken, der stirbt nicht. Das mit einem B-70. Nein, das kann man wieder cross-fotisch spielen. Hier. Das hat einmal eine Granate in der Hand, ey. Alter, wenigstens 1 gekillt, ey. 1 zu 8. 2 gekillt. Nice, komm, revive mich wieder. Und dann hab ich da richtig Bock drauf. Komm schon, revive mich. Revive mich einfach. Lass, du kannst mich doch wie weit nehmen. Wo bist du denn? Du bist ganz weit weg von mir. Ja, ich war nicht bei dir eigentlich. Aufpassen! Ja, Mann, einen mit der Granate gesnackt. Hier ist dein Medikid. Mit deinem Phoenix. Was ist denn die Phoenix? Phoenix ist der... ...umgebaute Humpty. Ja, Mann. Alter, ist das ein Mönchengame. für mich zu viel... ...sach weiß ich das doch durch! Alter, wie ich einfach nur Damage kriege, jetzt bin ich. Wissen Sie doch schon. Leute. Alter, das geht doch nicht, ey, das ist doch ein Schein, das ist ein Spiel. Alter, ich hab den Top, ey. Die stehen einfach nur, das ist great, das ist doch. Boah, da hat ich nochmal ein Schwein gehabt, ey. Boah, und die ganze Zeit werde ich von irgendwoher besnappert. Oh, oh. Alter, kommt nicht raus. Das tut ihr gleich, einfach nur so. Ich bin der Uruch, der weiß, dass ich weiß, dass er ober, 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 ober. Ich hab auch die Schein, wenn ich da noch einmal treffe und da geht das in die Lippen. Das ist doch ein Scheisspiel. Ich stehe 2 zu 12. Ich stehe 2 zu 12. Ich habe die Scheisspiel. Ich habe die Scheisschio. Ich hasse Bette, die Lippen. Ich weiß nicht. Sprengladung platziert, over! So, Sky Service down. So, Sky Service down. Wenigstens noch ein Gekill, Alter. 3 zu 13. Okay, das war bei der Doppel. Du, wie bleibt uns schön aus dem Ballerade raus? Achtung! Oh, geh doch drauf, dummdödel, du. Ach, jetzt ist die über mir. Da stehen wir wieder 7-7 hier, ey. Geil! Noch ein Gekill. Immer nice. Leute, wenn die mich direkt im Darkhawk killen wollen, dann haben wir keine Schnitte. Ja. 4 zu 14. Scheiß Spiel. Richtiger Bullshit. Oh ja. Oh ja, ist das Scheiße. Oh ja. Oh ja. Boah, jetzt ist der eine da nicht draufgegangen, ey. Boah, das war aber richtig schlecht, das Elm gerade. So ein ganzes Magazin daneben geballert, ey. Ja, kommt ab. Was ist denn da? Ach, die Snipern da von der anderen Seite auf uns. Das ist verarschig. So, gleiche Taktik nochmal. Ich schlieg auf den Boden. So, hier von hinten. Leider hab ich 6 Wachkill. Alter. Einfach die Scherzplanade. Oh ja, wie soll. Ich bin da die Hälte. 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 Achtung! Der Feind hat an der Hälte zu sehen. So, Dattelkirchen gerissen. Boah, Moritz ist gut. Was denn? Ich brauch was von der Seite. Ich brauch was von der Seite. Ich brauch was von der Seite. Das ist super. Kannst du nicht mal auf die Hälte nehmen. Wo bist du? Ich hab dich nicht gesehen. Nein! Ja, ich wurde schon reviviert. Na egal. Scheiße, haben wir verloren, ey. So ne Wichse hier, du. Sein behindertes Bord. Naja, wenigstens stehe ich hier positiv noch. Och leu, ich bin grad in den letzten paar Sekunden bin ich noch richtig viele Plätze hochgekommen. Naja. Warte. Gut, haben wir noch ein paar Punkte gemacht. Ein paar Ornsbänder hier gesammelt. 6 zu 15, ey. Geht ja gar nicht. Dumm, ein Scheißspiel. So, und würd ich mal sagen. Also mir hat's Spaß gemacht die Runde. War ganz nice eigentlich. Und ein paar mal richtig dumm draufgegangen. Aber naja, gut. Wir sollen mal machen. Ja. Also würd ich sagen. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Let's play together Battlefield 3. EpicModes hat aufgehört, so wie's sein soll. Und jetzt haut rein.